ja hallo was ich ihnen hier zeigen möchte das ist ein famoser revolver der marke cord und zwar das modell sky marshall das gibt es in zwei verschiedenen ausführungen nämlich einmal als scharfen revolver der ist hier im bild und zum zweiten als gas- und schreckschusswaffe beide waffen kommen in solch einem sehr robusten transportkoffer welchen man auch mittels vorhängeschloss abschließen könnte und zu dem scharfen revolver da gehören dann auch so ein schnelllader und reinigungszeug und schraubendreher am scharfen revolver habe ich hier versuchsweise mal ein leuchtpunktvisier befestigt und dann hier auf 25 meter dieses trefferbild erreicht dass man das nachstellen kann dürfte klar sein aber das ergebnis ist für so einen kurzen revolver sehr gut denn die präzision der waffe die fertigungsqualität ist ganz enorm hier im bild ist ein passendes holster der marke sickinger und zwar das modell lightning und hier habe ich noch ein anderes holster das ist das modell officer ebenfalls in sehr guter qualität von der marke sickinger und dieses holster hat auch eine lasche mit druckknopf so dass die waffe gesichert ist in beiden holstern sitzt die waffe ganz hervorragend und zielgruppe für solche waffen sind halt sicherheitskräfte wachleute und insbesondere jäger an diese person könnte man es auf dem deutschen markt halt verkaufen gegen vorlage einer entsprechenden erwerbsberechtigung ja dann gibt es wie gesagt noch die variante als gas und schreckschuss waffe die ist von genauso hervorragender qualität hier links im bild sieht man die laufsperre von der gaswaffe die beschriftung ist natürlich anders aber die funktionsteile die fertigungsqualität die absolut charakteristik sind bei beiden waffen identisch die waffen haben halt die befestigungsschiene für eine optik oder für ein laser visier laser visiere sind ja in deutschland nicht zu bekommen also nur gegen sondergenehmigung aber passend täter ist die waffe ist ja für den internationalen markt gefertigt und dementsprechend ist sowas vorgesehen ja also wer sich etwas besonders gutes und tolles gönnen möchte der könnte sich da ja mal mit beschäftigen jedenfalls bietet die marke cord seit vielen jahrzehnten ganz hervorragende waffen an und diese gehört auch dazu ich würde mich freuen wenn sie mich auf meiner webseite waffen-schlottmann.de einmal besuchen oder unter kanon.de da finden sie solche waffen im angebot danke für ihre aufmerksamkeit